Und dein Rennen in 60 Sekunden? Ich hatte einen sehr guten Schwim, und dann mit einem Kilogramm mein Fronthydrationsystem schloss auf die Straße und ich musste es wiederholen. Dann wurde es gebrochen, aber ich wusste es nicht. Ich wurde ein bisschen gehydratet. Und dann habe ich ein Penalty auf dem Rennen. Aber ich versuchte es all den ganzen Tag und war stolz, dass ich es durchführen kann. Obwohl ich mich mit meinem Resulten verabschiedet habe. Aber es war gut, dass ich das Potenzial gesehen habe. Und wir kommen wieder im nächsten Jahr mit besseren Glück. Danke.